Seid ihr ready für Mario 64 mit einem Ultra-Profi? Ha! Ich hab euch reingelegt! Ihr dachtet jetzt, ich bin gar nicht auf dem Platz! Ich bin so ein Witzbold! Wie übersetzt man... Das hab ich mich letztens gefragt. Wie würde man Witzbold ins Englische übersetzen? Joke Gremlin? Nee. Bolt. Witzbold. Bolt. Kobold. Joke. 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 Der ist mir auch relativ buggy. Freunde! Mario 64! Mein Lieblingslevel. Kompletter Affenzirkus. Lass die Affen aus dem Zoo. Fliegenpilz-Fiasko. Acht rote Münzen. Ich hoffe, ihr habt heute schon euer Gesicht gewaschen. Wenn nicht, holt's auf jeden Fall spätestens jetzt nach. So! Wir holen uns mal ein One-Up ab. Denn ich nehme... Diesen Part direkt im Anschluss an den letzten auf. Nach diesem wunderbaren Affen-Fiasko hab ich mir gedacht. Alter, hab ich jetzt Bock auf noch ein Part. Vor allem, da es so erfolgreich lief im letzten Part. Wollte ich direkt den nächsten hinterherhauen. Und ja, hier sind wir. 75 Sterne ist der aktuelle Stand. Und so lange dauert's gar nicht mehr, bis wir das Game durchhaben. Sind noch 45... Ich hör schon wieder, die sind Drecksaffen. Hahaha! Ähm... 45 Sterne sind's noch? Was? Hier sind vier rote Münzen? Null. Warum sind hier so viele? Ich dachte, die werden ultra krass verteilt. Na gut, die Jumps hier rüber werden wahrscheinlich recht unübersichtlich werden. Könnte ich mir gut vorstellen. Wir können aber... Das, äh, finde ich... Jawoll, nice one! Die Tode relativ gut verhindern, beziehungsweise... Die Game-Overs, indem wir jetzt die ganze Zeit diese One-Ups einsammeln. Von daher müssen wir nicht Game-Over gehen. Und wir sparen uns dreieinhalb Sekunden, wenn wir nicht vom Schloss aus hier rein... Äh, laufen müssen. By the way, jetzt gerade, wo ich das erwähnt habe, dass wir in Anführungszeichen nur noch 45 Sterne haben, war ich grad so ein bisschen am philosophieren, was wohl das Nachfolgeprojekt wird. Ähm, weil wir jetzt natürlich mit Zelda-TOTK ein, äh, Bomben-Monster-Projekt haben werden, wo jeder Part wahrscheinlich extrem lange sein wird und generell das Projekt sehr lange sein wird. Äh, da bin ich mir... Ist das normal, dass hier irgendwas runtergeslutet kommt? Da, äh, bin ich mir noch recht unsicher tatsächlich, äh, was das nächste Nachfolgeprojekt sein wird. Mal gucken. Also, ein kleiner Spoiler. Ich möchte unbedingt dieses Jahr noch ein Pokémon-Projekt starten, neues. Weil, no joke, die letzte Naslock hat mir übelst viel Fun gemacht. Bro! Ich, ich werde jetzt einfach mal den Long-Jump ausspringen. Ich glaube, da kann eigentlich nicht viel passieren und es ist eh probieren über Studieren in diesem Spiel. Von daher probieren wir es einfach mal aus. Also, auf jeden Fall möchte ich... Das kann ich schon mal spoilern. Ich weiß noch nicht wann. Auf jeden Fall leuchtende Perle, strahlender Diamant. Klar, es ist eine neuere Edition, aber ich würde dafür so gerne eine Randomizer-Naslock bringen. Bei Pokémon Schwarz hatten wir ja nur eine Naslock. Und diesmal würde ich ganz gerne eine Randomizer und Naslock bringen. Äh, da hätte ich auf jeden Fall Bock mal auf eine Switch-Version, wenn man das da machen würde. Weil ich glaube, das gibt es generell im Allgemeinen gar nicht so oft auf YouTube. Und, äh, von daher, Alter, hätte ich da böse Bock drauf. Das wäre auch das allererste Mal für mich dann in so einer neuen Edition eine Randomizer-Naslock. Also, dieser Sprung ist echt fies! Das kannst du keinem Menschen erzählen! Also, klar, ich erzähl's euch. Ich rede ja mit euch. Ich rede eigentlich mit der Kamera, aber mit euch. Und super viele gruselige Dinge passieren hier. Aber, come on! Ja, okay, alles gut. Wir sind ja gerade im Flow drin. Im Panamera Flow. Spaceship Facelift Panamera Flow. Wir sind die Organisation. Schöne Grüße an Bushido und Shindy. Ja, genau, das ist so der Plan. Auf jeden Fall für ein Projekt noch in diesem Jahr. Und ansonsten bin ich ja noch recht offen so für alles. Generell, Zwei-Kanal ist ja eh so ein Ding. Was ich dafür nutze, um meinen Gaming-Horizont zu erweitern. Um viele Spiele, die ich noch nie probiert oder gespielt habe, neu zu entdecken. Wir haben ja im letzten Jahr mit Little Nightmares angefangen. Little Nightmares ist ja so ein Projekt gewesen, wo ich davor immer skeptisch war, weil ich immer so dachte, ja komm, das ist halt so ein Kinder-Horos-Spiel seit zwölf. Was soll das, ne? Und dann wurde ich tatsächlich sehr stark überzeugt davon. Oder beispielsweise habe ich ja so mein allererstes Kirby durchgespielt. Zumindest die Story habe ich durchgespielt. Und, äh, ja. Das ist das Ziel mit dem Zwei-Kanal. Ich skip das mal, keine Ahnung, wie lange ich brauchen werde. Vielleicht kann ich mit der Kameraperspektive einfach rüberjumpfen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Es funktioniert tatsächlich, oder? Uh, es hätte so einfach sein können. Es hätte so einfach sein können. Aber ich stelle hier wieder so mathematische Formeln, Flugkurven und so. Alter, ich will diese Montys endlich... Boah, das war's... Ich war wieder ganz kurz davor, böse Worte zu sagen. Irgendwie... Ich will ja nichts Böses sagen, aber das Game zwingt mich ja dazu. So, wir haben jetzt schon fünf rote Münzen. So, das kommt auch nochmal weg. Äh, kann man vielleicht... Yes! Guck mal, da ist noch eine rote Münze. Dann haben wir schon sechs, aber ich glaube, ganz oben war noch eine. Also das ist glaube ich mit Abstand die ekelhafteste rote Münze in diesem Level vermutlich. Bahn, ich kann diesen Seitwärtssprung halt noch nicht... Bro, Mario, warum... Du hältst dich an jeder verdammten Kante fest? Nur hier machst du wieder Heckmack? Ach, come on. Heckmack is bye today so ein lustiges Wort, find ich. Ich hab keine Ahnung, woher dieses Wort... Ja, was? Was? Das siebte. Das siebte. Jetzt muss man nur noch die achte rote Münze finden, so auf süß. Hätte man noch so easy hier hochjumpen können? Alter, wenn das hier funktioniert. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also ich habe ja den letzten Mario 64 Part, den ich aufgenommen habe. Der ist noch nicht released worden. Der ist immer noch auf meiner Festplatte. Oh mein Gott, den kann man hacken. Und dann hat man ein Part schon, bevor er rauskommt. Oh mein Gott, top secret. Mann, soll mich auch zu bewerfen? Okay. Ich habe immer diese Halbausraster aktuell. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Aber es sprudelt einfach aus mir heraus, ist das Ding. Tatsächlich, Alter, ist das ein Witz. Ich hätte... Das Leben ist ein Joke. Das Leben ist so ein heftiger... Das Leben ist so eine heftige Simulation. Ich hätte... Alter, man hätte es sich so einfach machen können. Ich hätte diesen schwierigen Weg gar nicht gehen müssen. Aber wisst ihr was? Im Leben muss man manchmal den schwierigen Weg gehen. Um den leichten Wert... Jeder Motivations-Coach, Kappa. Äh... Ja, wo ist denn der Stern, damit ich so draufjumpen kann? Nein! Das wäre jetzt knapp. Okay. Dieser Jump wäre jetzt auch fatal gewesen. Krass, Alter. Sehr, sehr krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es in Anführungszeichen doch so einfach wird, die acht roten Münzen zu snacken. Aber ey, da ist das Ding und nur noch ein freaking Stern. Und das Ding haben wir auch damit geschafft. Cool, cool! Okay. Erforsche die Steilwand. Was ist mit Steilwand gemeint? Ist mit Steilwand gemeint dieses... Da, wo die... Da, wo die... Hä? Da, wo die Montys chillen? Oder ist irgendwas anderes damit gemeint? Ich weiß da nicht, was das Level mir sagen möchte. Ist das eine Steilwand? Soll das... Wow. Bruder. Mario einfach Monty der Maulwurf. Äh, Killer-Maschine. Geil! Wow. Hat sich nicht gelohnt. Ich dachte, wir können eine minimale Abkürzung nutzen oder ich muss hier nicht rüberspringen. Okay. Ist das... Soll das eine Steilwand sein? Ich weiß ja... Ich weiß ja nicht, was als Steilwand hier definiert wird. Definitionssache? Wie ein Anatomie-Lexikon oder so? Wow, 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 wow. Neues Telefon! Ja, aber, 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 aber. Nein. Ah! Ne, jetzt aber. Ja! Schön! Ist das eine Steilwand? Guck mal, da laufen noch Bob-Oms herum. Ich glaub tatsächlich, das soll eine Steilwand sein, oder? Halt dich fest, Mario. Geh mal diese Wand nach oben. Wenn du diese Wand nach oben gehst, wird man dich loben. Erforsche die Steilwand. Das ist die Steilwand. Was, 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 was wird denn mit Steilwand gemacht? Was, also, was sag... Spiel, was, was ist denn für dich eine Steilwand? Junge, wir, wir haben den Pap mit null One-Ups gestartet, sind jetzt hier. Start from the bottom, now we're here. Start from the bottom and now we're here. Hm. Das könnte... Ja, das ist eine Steilboden. Das ist ein Steilboden. Äh, ja, aber with noon. Das leiden wir nur nach unten. Da sind wir ja ganz oben, aber hier ist ja... Habt ihr das gehört? Achso, lol. Wow, really? One-up? Ja, was soll man dieser dreckige... Wow. Wow. Ich dachte, er glitzert zumindest ein bisschen, bevor der abhaut. Erforsche die Steilwand. Was haben wir denn in diesem Level noch nicht erforscht? Da oben ist der Affe. Achso, lol. Dafür war der Knopf da. Oh mein Gott. Ich hab's mir ja voll schwer gemacht im letzten Part mal wieder. Ey, Affe. Oh, der Affe ist gar nicht mehr hier oben. Ich vermiss den Affen jetzt irgendwie schon. Steilwand. Ja, bro. Ich hab keine Ahnung, was mit Steilwand gemeint ist. Soll ich euch mal die Lösung zeigen? Ich hab's nachgeschaut. Bro, es ist so... Wie soll man... Wie soll ich denn darauf kommen? Bro, es war Hand aufs Herz. Oh mein Gott. Hand aufs Herz. Das ist sehr sportlich. Es ist sehr sportlich, das zu entdecken. Oh mein Gott. Bin ich tot? Ich hab nur die Abkürzung auf Doom benutzt. Oh mein Gott. Aber... Ja, alles gut. Ich lebe noch. Ja, Mario, jetzt slide wieder, nachdem du dich beruhigt hast. Sind wir durch? Die Treppe ist auf jeden Fall... Oh mein Gott, was. Sehr ähnlich aufgebaut wie die Rutsche bei dem Pinguin-Level, wo wir den Pinguin runterwerfen mussten. Nein! What? Das ist ein Scherz? Bro, ich bin ein bisschen auf die Bremse gegangen, weil ich dachte, ich wäre zu schnell und dann... Nein! Legendary! Das ist wirklich Legendary! Jetzt hab ich Bock auf Katy Perry, Legendary Lovers, Freunde. Das ist der, äh, popkultivierte Boss. Nein, vorsichtig. Aber guck mal, man kann dieses Level eigentlich nice dafür nutzen... Äh, Level sag ich schon. Äh, man kann diese Rutsche, glaub ich, sehr, sehr gut dafür nutzen, um... Oh, das war eine Abkürzung, bin ich tot? Oh, oh, oh mein Gott! Ja, das ist böse. Äh, nee, aber ich find's zumindest cool, dass man nicht direkt wieder von vorne spawnt, sondern direkt hier oben. Das ist nett. Das ist wirklich nett. Und da muss ich innerlich mal ein bisschen klatschen, sagen Nintendo, hey, gut gemacht. Wabbedi wab, wab, gute Idee von euch. Ah, 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 ah. So, ne, im Gegensatz zu einigen anderen Elementen in diesem Game. Aber, hey, ich feier es, ich liebe es, ich genieße jeden Augenblick und... Oh, mein Gott! Ich hab noch keinen Führerschein! Zumindest nicht in Mario. In Real Life hab ich... Oder nicht? Hab ich einen Führerschein? Ja oder nein? Eins, zwei oder drei. Fährt David illegal auf den Straßen? Nein, Freunde, Spaß. Ich fahr nicht illegal. Bin noch nie illegal... Ups, gefahren. Bin ich schon mal illegal gefahren? Vielleicht auf einem Park? Nee, 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 nee. Hi, rein geht's ins Loch. Mal gucken, wo wir hinkommen. Selbst nicht mal auf dem Parkplatz. Bro, wo bin ich denn hier? Da kann man doch save mit einem Impossible Jump irgendwie hin. Indem ich so einen vierfachen Flickflack... Klar! Da kann man safe call hoch. Da kann man sowas von safe call hoch, oder? Best Leistung. Wow! Yeah! Jetzt haben wir das Ding durch, oder? Fliegenpilz-Fiasko. Sehr, sehr nice. Aber wo ist denn das zehnte Level hier? Das ist kein Level. Ich bin so froh, dass das kein Level ist. Das sieht irgendwie gut aus. Sieht das gut aus? Ich weiß nicht, ob es gut aussieht. Aber wir haben zehn bisher verpasst. Das kann ja auch nichts sein. Nee, das ist auch nichts. Kann ich da rein? So eine Schneelandschaft würde ich böse fühlen. Aber das sieht nach keinem Level aus. Nein? Ich springe nochmal gegen, wie so eine Fliege gegen die Wand. Nö. Aber wo ist denn dann zehn? Ja! Das ist irgendwie fricken gruselig, Mann. Ist das zehn? 13! Go, lieber Gumba! Pflücke die Schnapp-Piranha! Okay, dann werden wir die Schnapp-Piranha mal... Das ist geil! Das ist so funny, gerade schon sehr funny. Junge, wie dieses Ding einfach weggeflogen ist. Holla, die Waldfee. Hi! Ich kann dich nicht weghauen? Kann es sein, dass diese Welt irgendwie so übelst klein ist? Jetzt ist die Welt irgendwie... Wow! Ich glaube, ich habe das Weltprinzip verstanden. Ich glaube, ja. Hi, Piranha-Pflanzen. Ciao, Piranha-Pflanzen. Ich wollte hier nicht reinspringen. Hi, Fisch mit Sonnenbrille. Ciao, Fisch mit Sonnenbrille. Bitte fress mich nicht mit Sonnenbrille. Ich schmecke nicht gut wegen deiner Sonnenbrille. Die Sonnenbrille hat giftige Stoffe. Die Sonnenbrille. Es ist ganz wichtig, ganz oft Sonnenbrille zu sagen. Hallo, riesige Gumbas. Mario 64! Aber alle Gumbas sind riesig. Wadawang! Boing! Bringt es uns irgendwas? Digga, die springen einfach rüber. Digga, was sind das für Badass-Gumbas? Wenn man Badass... Wörtlich übersetzt... Schlechter Arsch? Nee. Trauriger Arsch? Bad. Schlecht. Ja doch, nie ist schlecht, ne? Ist das ein Lucky Two? Hi, Lucky Two. Shy Guys. Junge, das ist einfach... Das ist einfach Emany. Emany. Enemy Spam, den wir hier mitbekommen. Bro, es sind einfach so tausend Gegner, die hier auf unserem Weg sind. Aber vermutlich müssen wir das Level hier einfach so durchspielen. Und zu irgendeinem Ende kommen. I don't know. Vielleicht, vielleicht nicht. Man munkelt. Ich munkel. Alle munkeln. Die Dinger munkeln hier. alles munkelt. Oh, Bro, jetzt hör mal auf. Ich will mir das Schild durchlesen. Nein, ich will mir das Schild durchlesen. Junge, das ist gar nicht stark. Achtung, starke Böen. Bro, wo ist das denn stark? Woher kommen diese Böen eigentlich? Bro, muss ich jetzt einen Sree-Jump machen? Oh, 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 oh. Oh, ich dachte, der wird tot. Wow. Zehn Leben, geil. Äh, wow. Ich wüsste nicht, dass es so eine Wirkung hat. Ich wäre in den Tod gestürzt. Ich hätte versucht, mit einem Sree-Jump hier entlang zu kommen. Warum ist dieses Level eigentlich so freaking verwirrend? Guck mal, was könnt ihr mir das sagen? Hallo? Oh, schon wieder diese Böen. Was war das für ein Geräusch? Aber, was bewegt sich so komisch? Hallo? Hallo? Junge, diese Map ist ja riesig. Gumba, was passiert hier? Bro, was passiert hier? Schade, ich dachte, ich könnte dich für so einen höheren Jump nutzen. Achso, ja, genau, stimmt. So geht dieser. Nee, falsche Richtung. Nee, nicht gut. Haha, ja. Bitte wirf mich nicht weg. Ich bin echt nicht gut zum Wegwerfen. Ich bin eine Frau, die zum Essen eingeladen werden möchte. Bitte. Man wirft mich nicht weg. Hm, wie komme ich da jetzt hoch? Ah, cool. Genau so. Joli, joli. Boah, da wird erstmal fett gejodelt, ey. Und damit meine ich nicht die Social Media Plattform jodel, sondern da wird ja wirklich gejodelt. Bevor ich diesen Stern einsammle. Was ist denn hier oben? Ich weiß nicht, was das für ein Pool hier ist, aber ich sammle den anderen Stern ein. Okay, ich akzeptiere es einfach, das, was wir jetzt gerade gefunden haben. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Ja. Stern Number 3 heute. Läuft gut. Also, heute haben wir definitiv mal wieder einen Run. Sehr schön. Begib dich zur Spitze der Insel. Machen wir. Okay. Aber, warte mal, war das der? Achso, ah. Ich dachte gerade schon, wo ist denn das Problem? Naja, rein geht's wieder in das Gemälde. Was für ein Stern snacken wir uns jetzt? Achso, pflücke die Schnapp-Piranha. Oh. Ich hab schon den zweiten Stern direkt gesammelt. Pflücke die Schnapp-Piranha. Aber nicht, dass die Schnapp-Piranha irgendwie, äh, Schnapp-Atmung bekommt. Schnapp macht das Krokodil. Schnapp. Deswegen war das, das war so ein extrem langer Weg, den wir hier gegangen sind, ne? Aua. Aua. Hab ich's geschafft? Ich glaube, ja. Wir besiegen einfach mal. Oh, hi. Nein. Muss ich euch einfach alle, ah, 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 bekämpfen? Muss ich jetzt einfach so genau den hier machen? Ah, 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 ah. Verdammte. Nein. Höh? Du bist erstes. Warum bist du? Okay. Das ist natürlich sehr interessant, was hier gerade passiert. Ich kann nicht so ganz erklären, warum diese Dinge passieren. Aber, ey, Mario, alles gut. Gulliver, Gumba. Kann meinen behaarten Hintern sehen? Moment mal. Jetzt checke ich das. Das, was wir hier spielen, das ist wirklich so diese Miniaturansicht. Wir haben später ja diese große, also jetzt, wenn wir durch die Röhre gehen, das ist quasi dann die große Ansicht. Deswegen können wir auf der anderen Seite auch durch dieses kleine Tor gehen. Aua, 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 aua. Sammeln die Münze ein, genau. Genau, Erbe-Tops genommen, die nächsten Münzen, die wir uns snacken. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einfach so einen endlosen Fight gegen diese Dinge haben. Die werden größer, die werden größer. Also, ich glaube, irgendwas machen wir Safe Call richtig, vermutlich. Ha! Okay, der ist jetzt auch Array. Da war noch ein zweiter. Hello! Das war jetzt der hier? Ha! Ha-ha-ha! Immer wieder ein erfolgreiches Erlebnis. Ich liebe es einfach, wenn ich checke, wie man hier so einen Power-Stern bekommt. Ich muss ehrlich sagen, es ist einfach befriedigend, so einen Power-Stern zu sammeln. Pflücke die Schnapp-Piranha. Schnapp macht das Krokodil, Schnapp! Rein. Rein geht's! Okay. Trete noch einmal gegen Koopa an. Muss ich Koopa dafür erst mal finden? Also, wo befindet sich denn Koopa in diesem Level? Koopa! Zeig mir deinen wunderbaren Aua. Nee, das war jetzt eigentlich Aua. Hä? 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 Da war ein Schalter? Achso, okay. Wo führt uns dieser Schalter hin? So auf süß. Soll der Schalter uns irgendwo hinführen? I don't know. Trete noch einmal gegen Koopa an. Wo befindet sich Koopa denn? Aua. Hätte ja klappen können. Ohne Witz. Mario wird nach diesem Projekt so viele Beulen von meinen Taten Aua, 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 Aua haben. Ja. Hahahaha. Was? Hahahaha. Ist da einfach später ein Stern, den man sich abholen kann? Ich glaube, das war gerade das Unbrainer-AfK-Momentary-Talk, man. Äh, okay. Ja, ich war halt so fasziniert und verwirrt. Ich dachte halt so, ja, was soll man das denn jetzt sagen? Ach, geh einfach in die Röhre rein. Er ist ja echt kein Stern. Also, man kann es als Abkürzung da nach oben nutzen. Ist hier auch ein Schalter? Nee, da ist eine grüne Wiese. Aber der Weg, Aua, führt uns nirgendwo hin, oder? Da unten ist Wasser. Das war es dann auch schon. Naja, wir, wir sliden mal right around. Oh, nein, 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 nein. Der Sonnenbrillen-Fisch ist back. Guess who is back? The sunglasses-Fisch is back. He is back, he is back, he is back, back, back. Wozu ist dieser Pfeil eigentlich da? Den habe ich gar nicht. Den Pfeil im Boden. Den habe ich gar nicht ausprobiert. Hello? Kann man den so reinsliden? Rein-jumpen? Was hat uns das gebracht? Da kommt so ein Geräusch. Also, irgendwo für ist das ja da. Vielleicht müssen wir auch irgendwie fünf von denen finden. Also, sobald wir eine Stampfattacke machen, gibt Spider-Ray auch die blauen Münzen, gut zu wissen. Okay, was hat uns das gebracht? Trete nochmal gegen Krupa an. Wie komme ich da oben hin? Da ist ja noch ein Pfeiler. Lucky to... Au! Achso! Haha! Hi! Kann ich mit dir reden? Krupa? Hallo! Ich will gegen dich antreten! Ich will gegen dich antreten, Krupa! Nein! Krupa, ich will gegen dich antreten! Ich will... Wow! Seit wann hast du ein Lied an den Hintern? Maschallah! Die Wahrheit! Über den Hintern von Krupa! Was steckt hinter seinem Hintern? Ich weiß nicht, was zu tun ist! Ah, jo! Ha! Auf der großen Seite! Ha! Hier ist also Krupa! Die süße Maus! Krupa, was geht? Wollen wir nochmal gegen deine antreten? Lang, lang ist her! Du scheinst noch schneller geworden zu sein! Hast du einem nicht geübt oder liegt es an den Sternen? Meine letzte Niederlage geht mir nicht aus dem Kopf, aber das ist meine Hausstrecke. Wie wär's mit einer Revanche? Das Ziel liegt hinter der Böenbrücke. Wo ist denn das? Äh, wo ist denn die Böenbrücke? Wo ist denn das? Ja, Bro, ich würd gern sehen. Wo ist das? Hallo? Ähm, ich... Ich würd gern... Ach so, warte mal, warte mal, warte mal! Natürlich! Aua! Mario, beeil dich! Aua! Ja! Vielleicht wahrscheinlich hier. Ist das die Böenbrücke? Okay. Oh, ja, ich glaub, das ist die Böenbrücke. Das ist die... Oh! Wow, 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 wow! Erster! Hahaha! Das darf doch alles nicht wahr sein! Ich hab schon wieder verloren. Dabei habe ich mir extra die neuen Koopa Mach 2 Schuhe gekauft. Tja, selbst die neuen Geeseboos bringen anscheinend nicht viel Speed. Und was lernen wir daraus, Kinder? Markenkleidung kann talentlich ersetzen, sondern einzig und allein Powersterne, die viel mehr kosten als Markenkleidung. All right. Und Freunde, wir haben 80 Sterne und damit zwei Drittel des Games durch. Ja, 66,66666 Prozent oder 67 Prozent. Je nachdem, wie man es sieht, haben wir damit durch. Und von daher sage ich mal an der Stelle, danke fürs Zusehen. Danke an die Elite-Umland-Generalmember Basti the Duck, Empire Cypics Games, Maria, Melli und Kleindam. Und natürlich an alle anderen, die sich diesen Genuss hier auf diesem Kanal gönnen. Besten Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Es freut mich jedes Mal, hier ein Part für euch aufnehmen zu dürfen. Von daher sage ich mal, ciao, ciao. Haut rein, bye, bye. Rrrr.